Weihnachten. Weihnachten von Josef von Eichendorf. Markt und Straßen sind verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug, fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wundersam beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres glänzen, heiliges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schwingen. Und aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit! Die Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger war in Syrien. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er vom Zuhause und Geschlechte Davids war. Und auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefall. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist und die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu, das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Metz gut. Süßung. Vielen Dank.